Fritzle ist ein Plüsch-Maskottchen. Gar nicht, Fritzle ist echt. Welche Maskottchen gibt es alles in der Bundesliga? Oh je. Bernie von Bayern, Erwin von Schalke. Wölfi kenne ich natürlich. Manofa habe ich keine Ahnung, Wolfsburg schätze ich mal ein Wolf. Dino? Heißt du Dino? Offenheim. Haben die überhaupt einen? Blau mit so einem riesenrunden Bauch. Roter Bulle mit dem Pissing hier. Vielleicht noch Fritzle. Was ist grün und riecht nach Fisch? Nee, das ist doch ich halt noch. Wie geht das denn? Hey, Fritzle! Willst du mitlesen, oder? Komm schon mal weiter. Ist Fritzle A ein Alligator, B ein Krokodil, C ein Reptil? Nee, ist doch klar. Ich bin froh, dass er Alligator, Reptil oder was auch immer ist. Und das ist ein cooler Typ. Fritzle ist echt und gefährlich, gerade mal am Wochenende. Fritzle ist geil. Das Äffle und Pferdle passen viel besser zum VfB als ein fettes Krokodil. Das ist eine Frechheit. Nein, nein. Fühlt sich aber gut an. Geil. So, wir sind hier bei der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt es nur Fritzle geben. Das ist geil. Komm bei dir einfach rein, Fritzle. Bis mal, Trotz! Trotz! Du hattest gute Zeiten und wir waren auch dabei, wir werden dich begleiten. Wir bleiben Trotz, Trotz! Trotz, Trotz! 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 Bis zum nächsten Mal.